Chalet 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 tut nicht weh Chalet ist geil Ja Ja It's Prince Der It's Prince ich nehme die zwölf los geht's gar nicht gar nicht 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Der Gegner hat Sichtkontakt zu Geisel. Ist da irgendwie total Banane, ob man da... Oh. Sollte man mal eine Richtung nehmen. Feind lokalisiert. Geronimo! Wow! Finde ich vor der Garage, eh? Könntest du euch ja vorstellen, von wo es keiner ist, oder? Garage? Ja. Nein! Nein! Vielleicht ist er noch... Ein Nestchen mit meinen Süßen ist platziert. Was treibst du da oben? Bringen Sie viel an. Ja. Wenn sie vor der Garage sind, hätte ich was runtergeworfen. Liebesgrüße von oben. Hat schon immer noch die ganze Zeit Gas im Turm. Ja, aber ich habe keinen erwischt, komischerweise. In your fucking face, bitch! Mama! Da hat er blickt geschaut. Ich habe bloß noch zwei. Blitz ist da, und ich habe kein... Ich sehe viel, meine... Wo? Bei dir? Ja. Hier ist Kien. Wir müssen eigentlich außen auf der Seite. Ja, da habe ich jetzt gar nichts hin. Aber gerade Ashes noch! Toronzo hier. Aber wieso habe ich die nicht getroffen, wenn die vor der Garage waren? Wieso habe ich die dann getroffen, wenn die vor der Garage waren? Ich habe da extra oben noch meine Smokes aus dem Fenster geworfen. Aber nicht getroffen. Warum auch immer. Anso, 3-1-0. Voll der Freak. Ich weiß nicht, ich habe über Nacht die Rainbow erleuchtet. Ja, genau. Da hast du die Rainbow-Pille geschluckt. Die blaue. Ich schaue mal. Okay, Archiv. Eine Bibliothek. Eigentlich habe ich gar kaum Boxschuhe aufzuhören, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie meinst du aufzuhören? Ich verstehe. Na ja, jetzt hat es jetzt so zwei Runden und dann ist wieder vor. Ach so. Wieder vorbei. Ja, ja. Das geht. Ich habe Bock heute. Dann länger zum Rücken. Ja, dann mach mal länger. Ich arbeite. Du musst arbeiten. Ich muss ja nicht arbeiten. Das ist der Haken, ich weiß. Es gibt immer einen Haken. Meistens ist es die Arbeit. Der Arbeitshaken. So, was machen wir? Ähm... Ich könnte jetzt antworten, aber du weißt, was folgt. Jo. Alle töten. Hätte sein können. Rein und alle töten. Ohne Gnade. Einfach töten. Wow, Vorsicht. Und am besten nicht selber sterben. Ach so, das auch noch. Das musst du auch wieder da. Da hin haben. Vorsicht. Und da ist Treppe. Ich glaube, das ist hier ein bisschen hot. Da steht an der Treppe. Rein, draußen entdeckt. Steht da rein, oder? Geh mal. Haben wir angeschossen. Ja? Ach komm, bei mir. Im Treppenhaus. Scheiße. Ich bin ihm. Der, der wo unten. Ja, das war der, der draußen. Ja, der ist dann gleich hoch. Wir hören hoch, dann wieder. Fuck. Akku, mio. Ach so. Der ist ganz hoch gestürmt, oder? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Nach mir. Der ist wieder runter, der eine ist, hey. Der ist im Fasslager. Lagerraum. Das hat er mich auch nochmal angeschossen. Hey, was hat denn der für ein Pink? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er es maximal noch ist. ich habe jetzt hier vier gelegt ich hätte es auch gerne handkern hatten da gibt es keine Was ist das? Mhm. Macht er viel zu, oder? Neues Beschuss, Geisel am Boden. Ach so. Jetzt kommt der erste Gegner. Boah, der ist gerade aufgestanden. Das war der Doc. Ach, das war der Doc. Wo denn? Ja, in dem Raum. Ach ne, der andere, die waren beide in dem Ding drin. Die waren beide da drin. Ach, geh. Ach, geh. Geisel war auch angeschlagen. Die waren beide da in der Ecke, oder was? Da, wo du den einen erwischt hast. Ja, da waren es zu zweit. Oh, Mann. Bim, bim, bim. Aha. Einer will mich raushalten. Was? Geht das wieder los? Wenn wir jetzt das 2-1 machen, dann wirken wir den Raum. Dann kriegt man die Bewerber, also. Aber wer, wer war das? Mach das jetzt unendlich. Das zeigt man ja nicht an. Was, befestigt! Die Gegner Drohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Na, das geht halt ja. Es bleibt im Magazin! Ich hole die Richtung. Es bleiben 5 Sekunden. Das ist rasch. Achtung! Die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Sodala! Nicht zu machen! Und so! Los, Minder! Haben sie schon über aufgemacht. Von draußen, oder? Von dem Balkon, oder was? Ja. Also, was heißt vom Balkon? Ah, okay. Ja. An der Tür. Ach komm! Ach komm! Von, du kannst mich holen? Oh, der eine macht schon. Oh! Bist du gerettet? Okay. Scheiße! Es gibt's doch nicht! Wer hat mich jetzt erwischt! Der Gläs von draußen! Ah, mein! Ah, der kriecht da unten ein Ding entlang. Auf dem Balkon. Ach komm! In dieser Zone bleibst. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Komm. Jungs. Echt jetzt. Jo, echt. Die Gegner haben die Geisel. Warum ist das schon weg? Mhm. Hat der der Quartet, oder was? Deminiert. Mission bescheitert. Ja, aber... ...haben wir eigentlich fast gekillt, hä? Crazy. Crazy Freaks. Matchball. Oh. Matchball. Also, Jungs. Jetzt holen wir wieder auf. Ihr müsst die Geisel finden. Tag der mit den 002-Stats. Lass das Ding wieder zurückgeben, oder? Sei. Ja. Danke. Ich hab den Ball einfach mal wieder zurückgesprochen. Ja, das ist ja auch spät, müde. Langer Tag. Den Grad hätte ich auch sofort machen müssen, aber... Mei, wenn die Geisel daneben steht, dann ist das so... ...ich schießt halt nicht gleich. ...dass er dann auch noch mit der Knarre dann so dort und schritt. Ich dachte eigentlich, dass die... ...und so... Keller. Nicht fahr nach oben. Siehst du? Das mein ich. Einfach nicht. Noch 10 Sekunden. Viele Empte konzentriert genug. 5 Sekunden bis Einsatz. Weil bei den Schönen muss man wirklich konzentriert sein. Mhm. Das stimmt. Und da geht nichts ohne Konzentration. Die Drohne ist aktiv. Schockdrohne wird gestartet. Aufwärts meinem Andi hinterher. Die Sprengladung ist aktiviert. Warte mal. Ich muss die Drohne herausschicken, da ist sauber, irgendjemand läuft hier rum, ist sauber oder, nach unten? Aber rechts läuft jemand, oder? Da läuft jemand, hab ihn! Einen hab ich, das muss der gewesen sein. Headshot. Da müssen wir in den Keller. Was ist denn in den Keller? Go, 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 da ist offen, gleich. Das ist der Prinz. Prinz Itz sowieso schon unten. Wurde entdeckt! Ihr verdammten Motherfucker! Warte, ich mach hier, Thermite auf. Los, 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 los. 3, 2, 1. Ups, das war der falsche. Link in die Räscherei. Nein! Nein! Fuck this! Der Wichse direkt vor der Geisel legt. Shit. Da war er. Und dann ist er in dem Moment weglaufen. Fuck! Hast du das gesehen? Ja, ja. Fuck! Fuck! Der Scheißkerl legt sich da direkt bei der Geisel hin. Mit seinem 188 gepingt. Wer macht denn sowas? So kann ich nicht aufhören. Ne, so geht's nicht. Mit Geisel erschießen. So geht's nicht. Ich muss nur spielen. Isso ist ja schön, das ist ja Patientin, Kai. Danke. its orders! 70